Willkommen bei Hogwarts Legacy, wo es noch darum geht, die Rätsel dieses Schlosses hier zu lösen. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich daran erinnere, was davor in meinem Urlaub so gewesen ist. Also, nach dem Intro. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das sieht das so aus. Also, ob man hier alle Schallen anzünden müsste. Und jetzt? Ja, das hatte ich ja schon. Was ist das? Ja, das ist das? Was ist das? Ich hole mich, das ist das? Warum auch immer da ein Feind angezeigt wird. Ich bin ein Feind angezeigt. Oder so. Ich habe mich jetzt im Kranz geschickt. Diese Münzen müssen von Miss Coffees Niffler stammen. Schätze, ich schnappe mir den Niffler. Wenn ich schon hier bin. Ich bin hier. Ich schnappe mir den Niffler. 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 Sehr schön. Schnappe mir den Niffler. Ich schnappe mir den Niffler. Uh-huh. Uh-huh. Aber ich glaube, ich habe das Rätsel hier gelöst. Okay, eine Schatzkarte, aber die dürfte draußen stattfinden. Oh, Coco, der Niffler. Oh. 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 Moment, wo ist denn die Karte? Da haben wir es, das musikalische Rätsel soll auf der Insel sein, okay. Das muss ja dann dieses Jahr sein, oder? Das ist ja irgendwo hier. Musikkloppen hängen. Musikkloppen hängen. Musikkloppen hängen. Musikkloppen hängen. Musikkloppen hängen. Musikkloppen hängen. Expelia! Protego! Entry! Expelia! Entspann dich, mein großer Freund! Ei, 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 jetzt wollen sie nicht mal rum. Thema für sich, ne? Aber wenn ich es jetzt nicht besser wüsste... ...würde ich sagen, im Schluss. Hier drauf, ziemlich mittig. So. Ich glaub, da war ich schon mal. Gab's hier Glocken? Sieht aus wie die Stelle auf der Schatzkarte. Und ich hab's befürchtet. So, wo sind diese Glocken? Ja. 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 Blick! Der Planer! Entry! 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 Der Planer! Und die Noten. Ist das die tiefste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Dann machen wir uns wieder ein Foto von und dann klappt es hoffentlich. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. Und vor allen Dingen in welcher Stärke. 1 zu tief. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. 1, 2, 3. Das war's. Das war Harry Potter. Und wo ist jetzt der Schatz? Der hier. Aha. Ein Schatz. Das war ja mal ein cooles Rätsel. Das war ja mal ein cooles Rätsel. Das sind hier noch viele Riesenrin. Wesenrin. Wesenrin hasse ich ja auch. Okay. Geht so viel zu tun hier. Ich sehe da eigentlich viel Bedarf für Online-Spieler. Tag. Ich sehe da auch. Mein armer Rococo. Guck. Mein armer Rococo. Miss Coffee. Ich habe Ihr Niffler. Du liebe Zeit. Wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Wie geht es meinem Rokoko? Kann ich ihn zurückhaben? Er wird sich bestimmt freuen, nach Hause zu kommen. Mit Sicherheit. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker. Mein gefräßiges Kerlchen. Ich kann's kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. Von nun an führe ich Rokoko an der Leine, wenn wir rausgehen. Ah, Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Mütze mit Nifflerpils. Naja, wer es braucht. Dein Erscheinungsbild, wo ist es da? Glücks... Glückslbrechern... Eigentlich genau mein Ding. Für den fröhlichen Glücksbild, du erhältst es für das Abschießen von Nebenaufträgen. Äh, eigentlich genau mein Ding. Das ist das Ding. naja okay so dann würde ich sagen ist der nächste halt einmal der raum der wünsche in hockwurz und 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 Weil ich das hier verbessere. Vollhausmaske. So, was haben wir noch? Ein Hut. Level 28, Level 33. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das höherstufig ist. Horn eines Grabhorns, ja, und da geht es schon wieder los. Da ist dann immer irgendwie Schluss, ne? Das ist so gut. Ist trotzdem schlechter. Er hätte das gedacht. Es verwundert mich jetzt, dass die zwei Stufen höher sind und trotzdem schlechter. Na gut, so, ich habe noch Tiere abzusetzen. Gucken wir mal, ich habe hier irgendwo auch eine Liste bei mir liegen. Ja, ich sage ja, gute Aktenführung. Gucken wir mal, wo jetzt was hin muss. Ein Niffler auf alle Fälle. Ja, das ist der einzige, wo nichts reinkommt. Oder direkt an R1. Doch, hier kommt einer rein. Und da haben wir nämlich das... Quatsch, was mache ich denn hier? Da haben wir das passende Weibchen zu. So, da haben wir jetzt nicht beides. Und ich habe einen Niffler, den ich auch noch loswerden muss. Jetzt habe ich zwei richtig verärgert, was? Das kommt davon, wenn man die Zauber falsch anwendet. Oh. 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 wo sind jetzt die ich verärgert habe da ist noch einer so dann würde ich mal sagen ich versorge die anderen tiere noch beim nächsten mal sehen wir uns bei Hogwarts Legacy